so hallo und herzlich willkommen leute zum zehnten part der sechsten staffel in minecraft und ja ich habe ein bisschen angst dass meine spitzer gleiche arschhörer macht deswegen krafte ich mir noch eine aus eisen wir haben direkt zu anfang eine minecraft musik jawohl ach in die heute ist flesse muss mal gucken hier ich bin stark dafür dass wir langsam mal gucken dass wir vielleicht so deswegen den schienen mal machen oder eher gesagt dass wir jetzt uns irgendwo ein schönes haus bauen wo wir die tatsächlich auch hin führen können und für den haus brauchen wir natürlich die besagten materialien und das ist zum einen eichenholz ich nehme also hier mal die holzarten mit und vier stecks kabelstern dürften für den anfang glaube ich auch reichen das dach ist noch nicht so wie ich am anfang wir nehmen mal zwei kisten mit wo handy um gottes willen da ist es mir natürlich auch mal gefallen ich hoffe wir haben alles wir machen uns erstmal auf die reise wir müssen unterwegs sowieso noch holz mitnehmen von daher ja es ist ganz gut dass wir vielleicht noch ein stichchen gehen ich weiß noch nicht wohin wir gehen irgendwo anders hin aber auch nicht zu weit weg vielleicht noch den großen berg da kann man sich durch den berg durch bauen oder ganz weit weg wobei ne ganz weit weg wäre auch gay in die wüste kümmer ja das ist eine gute idee in die wüste das gefällt'n kevin das gefällt'n da oben drauf noch genau aua ich werde glaube ich oberirdische schienen bauen für haus zu unterstupf was haben wir denn da was haben wir denn da was haben wir denn da das ist doch das das ist nein doch wirklich ein tempel Junge ich werde beknackt Au das erste mal licht hier oder direkt TNT die nur noch Eisen menschenskinder auch cool das ist ja immer geil können wir gleich mal erforschen gehen die Kisten da habe ich nachher natürlich auch nicht vergessen zu leeren die Schienen natürlich hier alle mitnehmen müssen wir uns gerne craften ach ich nehme jetzt aber auch nicht jedes Eisen mit hier geht's auch gar nicht so weit ach doch noch ein Stückchen geht's ja so das sollte genügen nehmen wir noch äh das Eisen hier mit du hast dein Gesicht auf die Maskenball verloren wenn du schwitzen musst kacken deine Poren ich habe nicht so lange Zeit äh ich will mich nämlich äh 40 los machen also 14 und 40 äh zu einem Kumpel wir treffen uns nämlich 3 volle in der Stadt da will ich noch mit dem Fahrrad runter düsen und äh ja treffen wir uns halt und da würde ich nicht zu spät kommen das macht sich nicht gut und ich bin auch eigentlich nicht so einer der immer zu spät kommt guck an wie viel Eisen hier ist zum Beispiel vielleicht können wir da rein tun aber bauen es nehmen wir natürlich mit oh es ist Maragde und Pferderüstung hier was heißt doch genau scheiße da muss ich mich wieder hochbuddeln wo komme ich hier raus Juhu Juri sehr gut sehr gut hat nen Hut und ziemlich viel Mut hm hm ich kann doch mal glauben wie ich da stehe so machen wir hier kurz noch äh terraform denn den Sand den kann ich gar nicht gebrauchen wenn das wir hier diese hässlichen Sachen jaaa junge Frau junge Frau junge Frau ja ich krieg das leider nicht so gut hin wie Geralt von Älster Glanz junge Frau die Strohhalm er hat gesagt die die das nachmachen ich hab auch einen in der Klasse krieg das übelst gut hin und nen Cousin von dem anderen in der Klasse und dann noch nen Kumpel von jemanden mit dem ich auch schon ewig lang äh mich kenne die hinden das alle nur ich nicht der stört oh nö Da müssen sie auch noch craften. Ich hab da aber eine geile Idee... Ich mach mir mal kurz 2 solche hier. Das geht nämlich fix auf... hält natürlich auch nicht so lange aber diesmal will ich es ein bisschen schneller machen hier aus dem brauche ich das gold da so schnell eh nicht na gut eigentlich schon für die boost schienen aber na gut ok tut 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 alles weg und auch schlussverkauf alles muss raus junge frau du brauchst du heim wenn ich schon verdorsten muss will ich wenig verhungern warum liegt hier eigentlich strom warum machst du die maske auf da kannst du gleich einblasen im internet gibt es schon crazy sachen natürlich total unspektakulär was ich hier mache sand abbauen das gab es noch nie in minecraft mit einer goldschraufel sand abbauen die reichen schon wieder nicht ein paar schaufeln die ich mir hier gemacht habe wird langsam nervig dass die nicht reichen boah das ist auch noch einiges da brauche ich gerade hier noch mal 4 schaufeln ich mache aber einfach so hier mache ich mir 8 schaufeln und so viel platz habe ich gar nicht das brauche ich auch gar nicht glaube ich Mo, 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 Mo Also die, die ich mir gemacht habe, die reichen aber, das ist gut. Ich habe genau so viele gemacht, dass es perfekt passt. Junge. Oder habe ich noch einen über? Nein. Juhu! Mit Wooting aufm Arsch. Ich glaube, den Boden mache ich aus Stein. Ich fange jetzt einfach mal hier so an. Das kann man ja beliebig groß machen. Ich würde sagen, hier mache ich eine Ecke hin. Ich glaube, ich mache erstmal so ein leichtes Grundgerüst. Wie gesagt, kann man ja alles noch verändern und variieren. Was dran baumeln. Aber das war schon ein Stack. Die Frechheit. Und dann kann man zum Beispiel auch hier noch diesen hier machen. Wie viele Plätze habe ich denn da gelassen? Drei. Eins, zwei, drei. Also nochmal. Un, deux, trois. Schon wieder das Handy, das kann nicht sein. Wie gesagt, muss ich dir nicht sagen, muss ich was ein bisschen rausgehen. Först du? Wann ist, was ich so eine Rörelse mitgegnet hat? Ja, ich finde das. Boah Junge, wie ausgezählt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Junge, Junge. Hier können wir es nicht machen, da müssen wir es lassen. Na gut, macht ja nichts. Boah, das hier können wir tatsächlich aus Steinen machen. Und das hier auch. Oh, hier auch noch. Da ist alle, aber es macht nichts. Dann machen wir erstmal hier drinne das. Denn das wird nämlich nicht aus Steinen. Das will ich nämlich nicht. Denn hier will ich Holz. Schön viel Holz. Und auch so eine Zimmerunterteilung. Wenn man von hier aus reinkommt. Das ist hier 2, 4, 6, 8. Also 2, 4. Wann war ich? Muss ich das irgendwie markieren mit... ...mit Sand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, so kann man das machen. Ich will dann einmal so hier das... So, äh, ja, da wo dann halt wieder Zimmer, Wände kommen. Da verlege ich dann halt auch wieder Steinen. Erstmal hier so. Wir haben keine Holz und keinen Stein. Und hier noch brecht die Volke. Haut rein. Schöner Reim, wa? Schöner Reim, komm. Schöner Reim, komm. Outro